Modifiziere ein Fahrzeug mit einem Kuhfänger oder einer Stachelstoßstange. Insgesamt müssen wir das Ganze zweimal machen. Ihr könnt nach den beiden Sachen zum Beispiel hier auf gut Glück an Tankstellen gucken. An welcher Tankstelle ist total egal. Ich empfehle euch aber, wie in meinem Fall jetzt hier, begebt euch einfach hier zur Oase, denn dort haben wir auf jeden Fall immer Kuhfänger und auch zwei Fahrzeuge, wie ihr hier seht. So, hier haben wir dann das Fahrzeug. Bewegen wir uns hier einfach rein, zack. Dann haben wir hier vorne den Kuhfänger. Da fahren wir dann kurz einmal durch, zack. Und wie ihr seht, haben wir damit dann eins von zwei. So, jetzt warten wir einfach nur kurz ab, denn das Ganze spawnt einfach nochmal. Also ihr müsst einfach nur die Zeit abwarten. Hier haben wir das zweite Fahrzeug. Ich in meinem Fall wechsle jetzt einfach das Fahrzeug hier. So. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt wieder da. Fahren wir einfach durch. Zack. Und damit hätten wir dann zwei von zwei. Damit hätten wir den Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Club. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.